Ich verrenge... Ich... Nein! Nein! Ooooooh! Wer schießt denn da auf uns? Hä? Das ist der Tote hier? Willst du mich verarschen? Oh nein, nein! Oh nein, was ist denn? Wieso? Was ist denn? Warte, ich repariere! Okay. Junge, es geht hier über Stock und Stein. Nein! Boah, da gibt's ein Vollgas hinten. Da war nur noch eine Staubwolke zu sehen. Konnte sich gerade. Ey, Alter, da sind sie an Meute! Alter, Meute! Ui! Es ist jungfräulich. Das Spiel ist jungfräulich. Was hast du denn? Was hast du denn für... Nein! Was hast du denn? Was? Was hast du denn du für? Was denn? Für Zielfernrohr. Äh... Weiß ich nicht. Normales, oder? Ja, ich hab schon Zielfernrohr drauf. Ja, ich glaube... Keine Ahnung. Dreifachvergrößerung oder was? Sicher weiß ich das immer nicht. Müsste ich mal nachgucken. Oh, da hat schon einer auf uns geschossen. Die Karre geht kaputt. Also raus hier. Wir müssen an Land. Oh, da hat sie einen zerrissen. Wo fahr ich hin, Alter? Schnell, 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 ins Kampfgebiet. Ich fahr weg. Ich fahr weg. Ich... Nein! Nein! Oh! 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 Ich bin nur... Ja, warum? So ein Scheiß. Der gute Akku, du auch wieder hingefahren bist. Na ja, da muss ich uns nicht erwarten. Da muss ich uns nicht erwarten, Junge. Da geht's hin. Warum kann ich nicht schießen? Achso, ich muss raus. Sag doch was. Wie raus? Du musst... Ich bin schon tot. Achso. Ich hab's schon wieder in Stücke geschossen. Also ich bin zweimal tot. Weiß gar nicht warum. So, ich fahr jetzt hier hin. Da erwarten sie mich nicht. Du fährst doch wieder aus dem Feld. Nee. Diesmal bin ich clever. Fahr am Rand lang. Es ist aber auch beschissen gebaut hier. Und man springt natürlich direkt in Feindesrichtung, Alter. Na ja! Oh, es macht schon Spaß. So ist... Ja. Man muss es ein bisschen üben. Aber so ist das ja mit allen. Das ist ja schwierig, die Sau. Das ist ja schwierig, die Sau. Was ist das für Waffe? Was ich da hab? Was hast du denn? Äh, keine Ahnung. Aber die ist ja... Hab ich jetzt aus Versehen genommen, weißt du? Ja. Diese Idioten in ihrer Drecks Panzerbüchse gehen mir auch auf den Sack. Was ist denn das für Knarre? Die liegt ja wie Butter in der Hand. Wie heißt denn die? Sag mal. Weiß es nicht. Hä? Die liegt ja so Butter weich, dass ich habe die... Moment. Die KE-7. Okay. KE-7, ist das... No. Sturmsoldatenwaffe? MG, aber die ist Butter zart. Oh, ich spiel erst mal weiter, mein Gewehr 43. Ja, klar, klar. Ja, danke. Ich hab vorhin auch gesehen, man ist rumgedrückt und verpanikt. Ja. Das ist... Gut, Joan, du musst mich nicht dringen. Bist du das? Ja. Danke. Ich wollte eben bei die spawnen und da ist es nicht gegangen. Ja, wahrscheinlich, weil ich beschossen wurde. Ja. Also die liegt in der Hand wie um kein Rückschlag nix. Ehrlich? Oh, jetzt wollte ich gerade den Panzer holen. Da hinten, na warte. Danke, jetzt kann ich den Panzer holen. Dann hat es auch zerlegt. Was ist das? Kanonenboote? Wo kommen die denn her? Oh, du dreckst Panzer, alle lecken mich. Thank you. Thank you for your shit. Bullshit. Sanitärer stehen daneben, wie die Borgelfeifen. Wir kriegen Munition her, hier in der Gegend. Keine Ahnung. Es kann doch nicht sein. Was ist denn geile Waffe? Alter, was machen die Dinger denn keinen Schaden hier? Ja. Bist du ja noch alleine in der Gruppe, dann? Zu dir. Ja, ich glaube. So lange sind wir bei guten Launen vorbei, hier. Ja. Was? Du wirst schon wieder so leiser. Man hört es nur laut kratzen. So. Ist es besser? Na ja, jetzt bist du ja nicht zu laut. Was hast du denn jetzt gemacht? Na ja, du bist mit nichts zufrieden. Was ist das mit ihm hier? Wurde mir noch als Lebend angezeigt. Als Lebendfutter. Lebende Tote. Wow! Hast du das gesehen? Also, du musst die Waffe nehmen. Hast du auf die kleine Insel rübergeschossen? Das gibt es doch gar nicht, dass ich da alles wegpuste. Es gibt es doch gar nicht, ey. Aber wie flieg ich nicht schon wieder raus? Wie, 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 wie das denn? Er schießt durch den Fels und durch diesen Gottverdammten Berg, Alter. Dieser Hurensohn. Gottverdammt. Dieser Dreckschwein. Diese Missgeburt. Ehrlich wahr. Sohn einer läufigen Hündin. Wer schießt denn da auf uns? Hä, das ist der Tote hier? Willst du mich verarschen? Ey, das ist doch eine Hackersau, Alter. Der hat doch hier auch irgendeinen Knitsch, das dumme Schwein. Warte, ich schmeiß mal eine Granate hin. Ich mach eine Panda raus. Ey, siehst du das? Der ist am Leben, aber sieht tot aus. Was ist denn das für eine F***er, Alter? Willst du mich verarschen? Diese Drecksau. Kann sein, dass ich da rausfliege, Alter? Nein! Ich wollte nicht Stromsoldat sein. Oh nein. Ich bin neben mir schossen. Ey, die sind ja schon mitten im Kampf, Alter. Den hat, der steht da mit seinem Grünzeug im Ding, siehst du? Den hab ich nie gesehen, Alter. Ich hab ich ja nicht. Ey, das gehört verboten, Alter. Verstehst du? Du kannst dich in den Gebisch hocken. Die sieht hier der F***. Aber mit dem Grünzeug. Da, da sieht keiner an. Ich bin schon, dass die grünen Rückstoß hat. Ich hab null. Echt? Welches Zielfeldrohr hast du? Das große, das dreifach. Nein, mach das runde Ding. Nur das runde, wo man bei den Nachkampf abbringt. Achso. Genau das musst du nehmen. Dann muss ich erst, warte ich noch, bis ich Raubtier freigeschaltet habe. Das ist, glaube ich, dann. Ja, ich hab auch Raubtier alles. Ich glaube, das ist... Ich bin mir nicht sicher, ob das immer ein Witz ist. Aber die haben wohl gesagt, Raubtier verringert noch so den... Das ist von dem Set. Hast du so einen Perk drauf, das den Rückstoß verringert. Aha. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das bloß ein Scherz ist. Aber manchmal kommt es mir wirklich so vor. Weil beim SDG 44 habe ich es auch drauf, komplett. Ehrlich? Und ja. Und das ist... Und schießt sich butterweich. Meinst du, da siehst du das Raubtier-Set? Ich glaube, ja. Das ist nicht verraten. Ja, das war ein Meister. Ziel erobert. Wir sehen uns. Das ist schon geil. Auer. Was kommt? Die Waffe schießt sich schon gut, aber es ist schon nicht schlecht. Du hast schon recht. Sie hat so einen geschmeidigen Rückstoß, so einen sanften irgendwie. Na rein hier. Oh, wir sind sogar von alle Seiten gekommen. Oh, nein, nein. Oh, was ist denn? Wieso? Ich drehe durch. Ey, ne. Ich laufe da jetzt nicht bis zu B vor, Alter. Ey, die wollen der Oren. Die dicke Tocher. Stirb nicht. Wer war denn das? So, okay, Jungs. Wir haben alles. Also, jetzt müssen wir wieder die dicke Tocher und Emi erobern. Wir haben uns Zielwerfer gewonnen. Warte, ich repariere. Okay. Das hat mal spannend nach eben. Hast du es gesehen? Nee. Ich habe mir eine Panzerfaust aus einem Meter Entfällung in die Fresse geschossen. Okay, ich fahre mit den Jungs mit. Nicht im Spielfeld, Alter. Junge, es geht hier über Stock und Stein. Wieso nicht im Spielfeld? Gut. Wahrscheinlich sind sie draufgegangen. Das hat er. Das hat er. Hm. Gut, war ein Mensch. Hier, Munition. Hier, Munition. Hier, Munition. Ach so. Hm. Komisch. Warum hast du hier Stein und Bein drauf geschworen? Ja, doch. Geht wieder. Also, ich finde es nicht schlecht. Ja, der ist echt sauber. Und auch ein schneller Schuss. Also, stimmt. Und ach, beim Nahkampf tut das sofort erledigen. Man braucht nicht so lange. Ich halte das nicht mehr aus, hat einer gesagt. Hä? Ich halte das nicht mehr aus. Ja, bleib doch daheim, du Arschler. Er hat sich doch freiwillig gemeldet. Um den fetten Sold abzusahnen. Der fetten. Was? Auslandszuschlag. Ja. Oh, nein. Oh, da gibt's ja Vollgas hinten. Letzt eine Staubwolke nur noch... War nur noch eine Staubwolke zu sehen von dem Arsch. Der meint, der könnte mich der Molin abnehmen. Da meint er denn. Ach, der hat's schon erledigt für mich. Hm. Schon wieder. Frisst die Munition. Ich hab sie doch gerade hingeworfen. Ey, da ist einer. Was? Die Munition für dich. Danke! Wo hast du gesteckt? Weiter, der Digga! Warten der jetzt hin? Ja. Du bist ein Hartvisierer. Na, dazwischen. Bitte? Anpisschen, was für ein Warndusche. Gottverdammel. Ein Panzer. Ey, wieso das, Alter? Er schießt durch den Baum, er konnte mich gar nicht sehen. Ich war ja nicht in seiner Schusslinie. Ja, die scheinen eh gerade hier wieder übernehmen zu können. Hier muss einer sein. Ich bin mehrere Autanze, komm, gehen wir mal ein bisschen weg. Ja, genau. Da kommt er. Wappanze. So mein Gesicht, vergiss mir nicht. Nö, kommt keiner von dem. Alter, was war mit ihm? Springt mir in die Fresse. Da kam ein Hammer und geflogen. Hier erlebst du, was du in dem Spiel. Oh, hier deckt es ja schon. Weck mich. Ich stehe gar nichts mehr. Ich hoffe, ich bin alleine. Da ist er. Die lute schon aus dem Arsch. Achtung, Achtung, vor dir, vor dir. Ich dachte, da war Medizin. Da war ich noch mal in der Bombe. Oh, hier, er wackelt noch mit dem Bein, tot wie er ist. 204. Wir haben noch 77 im Leben. Die anderen haben noch 100. Ehrlich? Die alte Nutte mit ihrer Typ-2-A-Lauf. Wo sind die? Die sind alle hinten bei D. Oh, da kommt ein Brandsäßig rein. Alter, da sind sie. Meute, alter, Meute. Also, scheinbar ist das. Erobern Bullshit, oder? Ich meine, wir haben, glaube ich, mehr Ziele gehalten als die. Das interessiert nicht. Wir müssen überleben. Ja, das ist so. Pass auf, pass auf. Oh, 17 zu 33. 15 zu 33. Da haben wir eben, haben wir gott sich ins Maul drängen. Ist klar, Alter. Leck nicht, Alter. Ach, schade. Scheiße. Aber es war eng. Nur der Modus, ne? Mhm. 17 zu 14. Aber es ist knapp. Mhm. Aber es war eng. 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 Untertitelung des ZDF, 2020